Einen schönen guten Tag, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei Börsedaily.de und ich präsentiere Ihnen den E&G Markets Chart Flash für Montag, den 10. Mai. Gut, wir beginnen wieder mit dem S&P 500, der sich weiterhin im langfristigen steigenden Trendkanal befindet. Ein Trendkanal, der bereits seit über 10 Jahren Geltung hat und wir befinden uns nun erneut hier an der oberen Begrenzung. Dieses Trendkanals konnten zuvor noch nicht hier nach oben ausbrechen. Wir hatten zuvor ein Verlaufshoch bei 4.238 Punkten gebildet und es bleibt weiterhin abzuwarten, ob wir hier nach oben ausbrechen können, nachhaltig ausbrechen können oder ob wir hier in diesem Bereich dann nicht doch wieder nach unten abdrehen und dann eine Korrektur einleiten und dann nochmal erneut Kurs nehmen auf den unteren Fibonacci-Fächer. Am Freitag sind wir im S&P 500 bei 4.232 Punkten aus dem Handel gegangen und vorwürstlich notieren wir am heutigen Montag etwas höher bei 4.235 Punkten, aber damit eigentlich auch praktisch unverändert. Gut, wir machen dann weiter mit dem Tagesschart im S&P 500. Da kann man dann den steigenden Trendkanal hier im Tagesschart erkennen und sollten wir dann den zuvor genannten Trendkanal im Wochenchart nach oben durchbrechen können, dann würde sich die nächste Anlaufmarke hier an der oberen Begrenzung des steigenden Trendkanals befinden, ungefähr bei 4.340 Punkten. Bisher wurde die Regel weiterhin eingehalten, dass Abwärtskorrekturen im bestehenden Aufwärtstrend leicht unterhalb des 10er EMAs auslaufen. Das war hier in der Vergangenheit in der Regel der Fall, da sind wir dann bei Abwärtskorrekturen etwas unter den 10er EMA, unter diese hellblaue Linie getaucht. In der Regel war das so, teilweise gab es dann hier Extensionen bis in den unteren Trendkanalbereich, bis an die untere Trendkanalbegrenzung, einmal hier bei 3.694 Punkten und dann in den neuen Trendkanal bei 3.723 Punkten, beziehungsweise dann auch jeweils hier bis zum 50er EMA, der aktuell bei 4.060 Punkten notiert. Aber weitgehend war es so, dass wir Abwärtskorrekturen dann bereits leicht unter dem 10er EMA hier wieder beendet haben und dann einen Durchbruch von unten nach oben ein neues Long-Signal generierte. Wir machen dann weiter mit dem Euro-Dollar. Der Euro-Dollar befindet sich weiterhin im Aufwärtstrend. Wir hatten auch hier zuvor die Abwärtsbewegungen im Bereich des 10er EMAs beendet, sind dann hier bis 1,214 Dollar hochgelaufen, haben dann eine etwas stärkere Korrektur eingeleitet, die dann bis unter den 10er EMA lief und dann hier am 50er EMA auslief mit dem Verlaufstief bei 1,198 Dollar. Von hier prallten wir dann wieder nach oben ab, haben dann ein neues Long-Signal generiert mit dem Durchbruch von unten nach oben über den 10er EMA, konnten dann weiter ansteigen und befinden uns mittlerweile über dem alten Verlaufshoch bei 1,214 Dollar, nämlich bei 1,217 Dollar mit dem heutigen Tageshoch. Der Aufwärtstrend ist also weiterhin im Tag. Die nächste Anlaufmarke würde sich also bei 1,224 Dollar befinden, dem Verlaufshoch von Ende Februar. Gut, und bei den Einzeltiteln schauen wir uns dann noch den Wert Apple an. Apple ist hier seit dem Verlaufshoch bei 137,07 Dollar nach unten abgesagt. Wir sind hier dann kräftig unter den 10er EMA gefallen. Damit war dann schon klar, dass wir uns nicht in einer normalen Abwärtskorrektur befinden, sondern in einer neuen Abwärtsbewegung. Es ging dann auch weiter runter hier bis 126,70 Dollar. Von hier konnten wir uns dann etwas erholen und am Freitag dann bei 130,21 Dollar aus dem Handel gehen im Bereich des 10er EMAs, wo Aufwärtskorrekturen im neuen Abwärtstrend dann auslaufen sollten. Zudem befinden wir uns außerdem hier direkt an der unteren Begrenzung des alten steigenden Trendkanals, die ebenfalls als Widerstand dient. Und insofern würden sich hier möglicherweise Short-Positionen anbieten. Und Apple sollte dann in diesem Bereich wieder nach unten abprallen und dann das Verlaufstief bei 126,70 Dollar nach unten unterschreiten. Gut, und damit wären wir dann wieder durch mit dem ING Markets Chartflash für den heutigen Montag. Ich melde mich dann wieder am Morgen Dienstag mit dem ING Markets Morning Call. Viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen. Vielen Dank.